Du willst dir in Cyberpunk 2077 die brandneuen Witcher 3 Bonusgegenstände abholen? Dann bist du hier genau richtig. Mein Name ist Stefan Fuchsen und auf diesem Kanal siehst du jeden einzelnen Tag neue Tipps, Tricks und Secrets zu Cyberpunk 2077 und vielen anderen Games. Zusätzlich gibt es heute auch noch ein Shiny Pokémon aus unserem Shiny Adventskalender für Pokémon Schwert und Schild zu gewinnen. Also bleibe unbedingt bis zum Ende des Videos mit dabei. Jetzt zeige ich dir aber erst einmal, wie du diese brandneuen krassen Witcher 3 Bonusgegenstände in Cyberpunk 2077 bekommst. Los geht's! Um die exklusiven Witcher 3 Ausrüstungsgegenstände abzuholen, brauchst du als allererstes erst einmal einen GOG-Account. Also gehst du auf www.gug.com und erstellst dir hier einen Account. Keine Sorge, das Ganze ist komplett kostenlos und du musst hier lediglich dir einen Nutzernamen ausdenken, ein Passwort und schon ist das Profil angelegt. Wenn du jetzt hier in dein Profil reinschaust, wirst du bemerken, dass hier erst einmal keine Spiele verknüpft sind. Das ist auch überhaupt kein Problem. An dieser Stelle kannst du nämlich dein Cyberpunk 2077 Spiel noch nicht verknüpfen. Der nächste Schritt ist jetzt das Spiel zu starten und im Hauptmenü auf der rechten Seite einmal in das kleine rote Kästchen zu gucken. Hier steht nämlich eine Webadresse drin und unten drunter ist auch noch ein QR-Code. Beides führt dich auf die Seite, wo du Cyberpunk 2077 mit deinem GOG-Account verknüpfen kannst. Sobald du den Code gescannt oder die URL händisch eingegeben hast, landest du genau hier auf dieser Seite. Hier einfach auf Belohnungen abholen klicken und schon kannst du dich hier ganz normal in deinen GOG-Account einloggen. Sobald das geschafft ist, bekommst du diese Meldung hier, dass du deine Gegenstände jetzt erfolgreich beansprucht hast und kannst hier dann auf dein Profil klicken und von deinem Profil dann auch auf den Reiter Spiele. Und in diesem Bereich Spiele siehst du jetzt, dass Cyberpunk 2077 erfolgreich verknüpft ist. Anschließend geht es wieder direkt zurück ins Spiel. Hier siehst du im Hauptmenü dann auf einmal, dass rechts an der Seite in dem kleinen roten Kästchen steht, dass du die Verbindung aufgebaut hast und hier deine Gegenstände bekommen hast. Hier kannst du dir sogar noch sämtliche Gegenstände anzeigen lassen, die du ingehen bekommst. Die werden aber nicht von Anfang an verfügbar sein, sondern erst ab einem bestimmten Zeitpunkt im Spiel. Nämlich dann, wo du dein Apartment freigeschalten hast und in dein Apartment reingehen kannst. Keine Sorge, dieser Punkt im Spiel sollte schon nach ein bis maximal zwei Stunden erreicht sein. Sobald du hier in deinem Apartment bist, gibt es natürlich jede Menge toller Sachen zu erkunden und jede Menge Gegenstände einzusammeln. Das Wichtigste hier in deinem Apartment ist aber für die Witcher 3 Gegenstände dein Lager. Da kannst du einfach reingehen und dein Lager öffnen. Hier befinden sich in deiner Truhe oder deinem Lager halt sämtliche Kleidungsgegenstände und natürlich auch die Waffe, die du hier freigeschalten hast. Die musst du einfach nur anklicken, damit sich die dann in dein Inventar rein verschieben. Und danach kannst du diese Gegenstände ausrüsten und deiner Figur dann anziehen bzw. die Waffe deiner Figur zum Tragen geben, um die dann im Kampf einzusetzen. Die Witcher 3 Kleidungsstücke sehen hier nicht nur extremst episch aus, sondern bieten dir hier auch haufenweise gute Stats, hammermäßige Rüstungswerte, sodass du hier vor allem am Anfang des Spiels einen extremen Bonus bekommst, einen extremen Vorteil, den du hier einfach sichern kannst, wenn du diese Gegenstände mit ausrüstest. Ein kleiner Nachteil ist hier natürlich, wenn du die Witcher 3 Jacke anziehst, dann siehst du das T-Shirt darunter nicht mehr, aber du kannst hier natürlich auch später noch haufenweise andere Jacken freischalten, damit du dein T-Shirt dann trotzdem weiterhin sehen kannst. Das Ausrüsten der Kleidung geht hier natürlich ganz normal im Inventarmenü, wenn du aber die Waffe ausrüsten willst, ist sie ein kleines bisschen versteckt, nämlich das Schwert von Geralt hier. Hier musst du auf der linken Seite dann eine Waffe ausrüsten klicken und oben in der Mitte auf Nahkampfwaffen klicken, um dein Schwert hier ausrüsten zu können. Auch wenn das Menü hier krass versteckt ist, rate ich dir trotzdem, das Schwert so früh wie möglich auszurüsten, weil genauso overpowered wie die Kleidungsstücke sind, in dem Sinne, dass sie dir einfach die massiven Rüstungspony geben, genauso overpowered ist auch dieses Schwert als Waffe. Insbesondere am Anfang des Games kannst du hier selbst ohne einen einzigen Punkt in Nahkampfschaden reinzupacken, selbst Endgegner und schwer gepanzerte Roboter mit diesem Schwert einfach auseinandernehmen. Dieser krasse Kampfroboter hier, der mit wenigen Schlägen einfach komplett weggeschnetzelt wird, ist nämlich zum Beispiel gar kein kleiner Gegner auf einem niedrigen Schwierigkeitsgrad, sondern einer der Bossgegner, der ganz zum Schluss in einer der ersten Missionen auftaucht und hier auch auf schwerem Schwierigkeitsgrad also nochmal massenhaft mehr Lebenspunkte, mehr Rüstung und mehr Angriff hat. Trotzdem natürlich, mit dem Witcher 3 Schwert lässt der sich innerhalb von 4-5 Angriffen einfach niedersensen. Mit dieser Auslösung bist du dadurch schon ganz am Anfang vom Spiel nahezu unbesiegbar und einfach hoffnungslos overpowered. So einfach ganz gehen, die neuen Witcher 3 Bonusgegenstände in Cyberpunk 2077 freizuschalten. Das Ganze dauert lediglich ein paar Minuten und ist hier definitiv den Aufwand wert. Ich werde jetzt das neue Türchen aus unserem Shiny Adventskalender aufmachen und enthüllen, welches Pokémon heute verlost wird für alle diejenigen unter euch, die Pokémon Schwert und Schild spielen. Türchen Nummer 10 mit Gengar drauf. Hier drin versteckt sich natürlich wieder eine geheimnisvolle Schriftrolle mit unserem heutigen Shiny-Preis. Das Ganze ist heute ein Shiny Absol. Eins meiner absoluten Lieblings-Pokémon. Auch die Shiny-Form finde ich hier extrem nice, vor allem den schönen Kontrast. Das normale Absol ist eher so in einem Blauton gehalten, weiß und blau gemixt und das Shiny Absol eher in einem Rotton, also hier rot und blau gemixt. Definitiv ein richtig nices Pokémon. Ich bin schon gespannt, wer sich dieses Pokémon hier sichern kann. Wenn du mitmachen willst, schreib dazu einfach unten in die Kommentare Hashtag Absol, also A-B-S-O-L und schreib dahinter, was dir an diesem Shiny Pokémon am allerbesten gefällt. Ob es natürlich jetzt hier die Farbe ist, ob es das Moveset ist, dass man das Pokémon im Kompetitiven einsetzen kann. Ich würde hier gerne erfahren, warum du dieses Shiny Absol gerne haben möchtest und was dir an dem Pokémon so gut gefällt. Ich freue mich schon auf eure Kommentare und wünsche euch noch ganz viel Spaß weiterhin beim Zocken. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bye, bye!